Hallo, in diesem kurzen Video wird erklärt, wie der Gleit von Silken funktioniert. Dieses Qualitätsprodukt ist eine Kreation von Silken, dem weltweiten Marktführer für professionelle ästhetische Geräte für den häuslichen Gebrauch. Entdecken Sie, wie Sie mit dem Gleit von Silken Ihre Haare dauerhaft entfernen können. Der Gleit von Silken arbeitet mit Lichtblitzen, auch Impulse genannt. Sie blitzen unerwünschten Haarwuchs einfach weg und können eine glatte Haut genießen. Ideal für die Entfernung von Haaren im Gesicht und am ganzen Körper. Die HPL-Technologie ist eine Lichtblitztechnologie, die der Gleit von Silken einsetzt. Die Lichtblitze dringen über die Härchen bis zu den Haarfollikeln vor. Das Licht wird in Wärme umgewandelt, die Haarfollikel absorbieren das Licht und die Härchen werden daraufhin verbrannt. Schon mit drei bis vier Behandlungen erreichen Sie hiermit eine Haarverringerung von 50%. Die HPL-Technologie ist klinisch getestet und sicher. Sie wird zudem von Ärzten empfohlen. Für das beste Ergebnis ist es erforderlich, die Haare vor der Behandlung zu rasieren. Der Gleit von Silken verfügt über fünf Energieeinstellungen und zwei Enthaarungsverfahren. Pulsieren und Gleiten. Mit Pulsieren können Sie jede Zone Blitz für Blitz behandeln. Mit Gleiten können Sie die Haare schnell entfernen, indem Sie das Gerät über die Haut gleiten lassen. Drücken Sie auf den Auslöser zur Aktivierung der Pulsmethode. Zur Aktivierung der Gleitmethode wählen Sie Einstellung 1 und halten den Knopf gedrückt. Die Planung der Behandlungen ist erforderlich, um die besten Ergebnisse erzielen zu können. Wie viele Behandlungen erforderlich sind, ist von Körperteil zu Körperteil verschieden und hängt unter anderem von Ihrem Haartyp ab. In der Verpackung finden Sie den apfelgrünen Gleit von Silken, einen Adapter und eine Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen finden Sie auf www.silkengleit.eu